Vielen Dank. Und jetzt wird es gut, dass wir heute noch einmalig sind. Und jetzt haben wir heute noch einmalig. Wie ist das auch ein bummog? Weil immer es in die Augen in die Augen etwas geschleven. Abonnen. Egal an? Genau. Egal mit der Augen? Weil ich mich, dass es sich nicht so gut wird. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.